Herzlich Willkommen meine Damen und Herren hier bei Tigersteel! Und zwar spielen wir hier Naruto, Shibuten, Ultimate Ninja Stump 4 Was ich mit diesem Namen merken konnte Neues Kapitel fragt, jetzt kannst du 2 unvergleichliche Krieger spielen Neue Y fragt, jetzt kannst du hinter der Maske spielen Jetzt kannst du Taka fliegt wieder spielen Ja ok Das ist eigentlich Naruto und das ist Sasuke Ja Mit welchem fange ich hier an? Machen wir mal mit Naruto Das ist das Das ist das Das ist das 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 ist 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 das Ich habe keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe. Die Wahrheit ist vorbei. Es gibt nur noch eine Ahnung, eine Ahnung. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe die Ahnung, die Ahnung. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht überlegen. Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Das ist meine夢, blöde! So, das sind die Kampfvorgaben. Das müssen wir alles erfüllen, damit man diese... Gegenstände bekommt. Für den Tasch. So, oh, 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 oh. Fink, das schon so an. So, okay. Oh, oh, oh. Wow! Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft! Ich hab noch Kollegen hier. Hab ich schon gewonnen? Also das war jetzt einfach hier. Ja. Ich bin ein wenig langsamer. Hmph! Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Ich werde nicht mehr weg. So, das stimmt. Ich bin ein Verletziger von mir. Ich bin ein Verletziger. Kakashi. Ich bin ein Verletziger. Wer ist? Wer ist? Ich bin ein Verletziger. Uiuiuiui. O... Omae wa? Robito. 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 Das war mal sehr einfach hier. Einfach es nicht. Robito. 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 so das war der kapitel hinter der maske ich hoffe ihr hattet spaß bei diesem kurzen let's play ich werde das ein kapitel für kapitel hochladen nicht zwei kapitel auf einem video weil ich das gerne so machen möchte ich danke euch fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß bei dieser kurzen zeit und teilt das video kommentiert das video like das video abonniert mich auf youtube und twitch und leute wir sehen uns das nächste wo das Das hast du mir beigetragen. Das Wichtige ist, nur das Zähne. Master Clubs, ich will jede sie anziehen. Sie müssen also voraus. Wenn es um es gut geht, sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Lebe wohl, Mann. Oh, shit. Ich muss gar nichts tun.